Frequent Traveller TV Weekend Update Woche 6, 2021. Also die Überraschung der Woche war die Lufthansa Meils & Moor mit den Kreditkartenstatusmeilen und den doppelten Statusmeilen und den Horn Circle Meilen. Ich kann es echt immer noch nicht fassen, wie cool das Angebot ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es ist echt toll. Und es stellt in meinen Augen auch viele andere Angebote einfach in den Schatten. Auch hat die Lufthansa diese Woche den längsten Flug in ihrer Geschichte absolviert. Mit 15,5 Stunden ist sie mit dem A350-900 von Bremen nach Mount Pleasant geflogen. Irgendwo, wer das nicht weiß, wer es ist. Rechts ab Argentinien, also ganz weit unten auf der Südhalbkugel. Zurück nach München, knapp 14 Stunden. Ja, dann sind wir schon bei Bayern München. Natürlich, die sind heute Morgen gestartet mit dem Airbus A350-1000 im Gegensatz zur Lufthansa und haben, ja, sechs Stunden gewartet. Warum? Weil sie um 11.59 Uhr losstarten wollten, aber leider der Slot bis 11.59 Uhr nur ging. Heißt also, sie mussten im Flugzeug schlafen. Und damit haben sie über sechs Stunden verbracht, sind dann, bevor sie nach Doha gegangen sind, nochmal in München gelandet, um da die Crew auszutauschen. Ja, das ist das Nachtflugverbot am neuen Berliner Flughafen, der ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Als es noch nicht der BER war, gab es kein Nachtflugverbot. Ansonsten, ihr wisst ja wie immer, alle Links findet ihr in den Shownotes. Aber gehen wir mal weiter mit den Themen, die in der heutigen Ausgabe es gibt. Viele Fluggesellschaften verbessern ihren Service wieder in der Economy Class oder in der Business Class. Dann eine Möglichkeit, Business Class zu fliegen, die eigentlich den Titel der First Class Fair vertragen würde. Ein weiteres Thema ist, Meitz & Moor Punkte sammeln bei Bonvoy, bei Marriott, ganz genau Hotelaufenthalt. Und dann last but not least nochmal Bonvoy. Bonvoy hat eine Promotion aufgelegt, die vielleicht finden ein oder anderen interessant sind. Hilton übrigens auch eine Promotion. Also, aber jetzt erstmal für euch das Intro. So schnell ist das Intro wieder vorbei. Willkommen zurück. Denkt dran, ein Like zu geben, ein Daumen runter, wenn ihr es nicht mögt. Aber immer die Regeln beachten. Bei Daumen runter heißt es, kommentieren, warum ihr es nicht mögt. Und natürlich immer Subscribe. Ganz wichtig. Aber das erste Thema ist einfach, bei Marriott Hotels 10 Prämienmalen pro US-Dollar sammeln bei Miles & Moor. Das ist ganz einfach. Man bekommt 8 Prämienmalen pro ausgegeben US-Dollar auf den Zimmerpreis. Und dann bei Buchung über die Seite, ich habe den Link in den Shownotes, gibt es zwei zusätzliche. Also, 8 plus 2, 10. 10 Prämienmalen bei Merrick Bonvoy, die ihr bei Miles & Moor als Sammelauktion machen könnt. Das heißt also, ihr müsst einfach eure Miles & Moor Servicekartennummer in das Eingabefeld eingeben, auf jetzt buchen klicken und damit könnt ihr euch die Prämienmalen sichern. Und es gibt natürlich zusätzlich 25% Rabatt auf den Standardpreis, ein kostenloses Frühstück in den Hotels in ganz Europa, im Nahen Osten und Afrika. Also gilt leider nicht ganz weltweit. Aber es gibt einige Ausnahmen, ihr werdet sie auf der Webseite sehen. Des Weiteren muss ich euch auch ganz klar sagen, es gibt da einen, ja nennen wir es mal kleinen Haken. Der kleine Haken ist, ihr könnt da nicht bei Bonvoy sammeln. Also wer seinen Status dort verlängern möchte oder sowas, sollte diese Option nicht nehmen. Aber es ist eine coole Aktion. Aber Bonvoy selber hat ja auch eine Aktion mit Prämienmalen und so weiter. Also mit den Stay Credits. Also insofern kein Problem. Nachdem wir jetzt auf den Bonvoy eingegangen sind und auch den ersten News hatten. Es gibt ein Thema, was mich diese Woche neben den Lufthansa beschäftigt hat mit dem Programm. Das ist die neue Business Class, welche nicht First Class genannt werden darf. JetBlue hat den Markt in den USA ja durchflügt im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind da einfach reines neue Marke. Lufthansa war ja übrigens auch bei denen beteiligt bis vor ein paar Jahren. Sind da ausgestiegen und die haben den Fluggesellschaften, die wirklich da eine Marktmacht waren, das Leben schwer gemacht. Auf Strecken von New York nach Kalifornien durch Qualität, durch Leistung. Und jetzt haben sie den nächsten Schritt gemacht. Und zwar die 321er LR. Das sind die, die von der amerikanischen Ostküste nach Europa fliegen können. Ich persönlich mag das nicht, ob man mit einem Narrowbody dann über den Atlantik fliegen muss. Aber die Sitze sind richtig geil. Es ist ein richtig geiles Business Class Produkt. Das sind die Mint Sitze. Und das ist wirklich top. Und dieses Produkt gibt es so ähnlich schon. Aber man will jetzt wirklich auch von New York, aber auch von Boston in 2021 mehrere Flüge anbieten. Also einmal nach London zum Beispiel. Einige sollen auch innererabekranisch sein. Und es wird, wie ich schon sagte, der Airbus A321 LR fliegen Long Range. Und diese Luxuskategorie der Business Class, das kennen wir normalerweise nur von den Q-Suites bei der Qatar. Aber die haben da echt einen Standard gesetzt. Und diese neue Kabine, die ist wirklich, was diese Narrowbodies angeht, richtig top. Schaut immer auf die Bilder, die ich hier einblende. Das ist richtig top. Also da gibt es für mich gar nichts. Und es ist eine Business Class. Alleine den Platz, wenn ihr die auf den Bildern seht, das ist phänomenal. Und das ist ein Produkt, was wirklich Lust aufs Fliegen macht. Wenn die Lufthansa das anbieten würde, zum Beispiel von Frankfurt nach Tel Aviv, nach Kairo. Hey, Happy Camper, kein Problem. Und die haben 22 von diesen Mint Suite Business Classes. Und zwei werden sogar Studios. Ja, Studios deshalb, weil sie noch großzügiger sind. Man kann sie vergleichen mit den 380ern bei Etihad, die da die Residence haben, wo dann quasi eine größere Abteilung ist. Aber da ist es wirklich auf der linken und auf der rechten Seite so ein Studio, was wirklich nochmal wesentlich besser ist als die Mint Suites. Denn die Business Class auf diesen Transatlantik Flügen ist, es ist einfach geil. Es handelt sich bei den Stühlen um richtige, soll man sagen, Sessel mit Türen, die verschließbar sind. Das ist etwas, was man nur aus der First Class kennt und aus den Q-Suits natürlich. Aber das ist eine Privatsphäre, die sucht ihresgleichen. Der Sitzhersteller ist übrigens Thompson Aerospace. Ich meine, das wären auch die Q-Suits von Cutter und die Anordnung. Frag dich auch. Ein Sitz linke Seite, ein Sitz rechte Seite. Wunderbar. 1-1. Hey, wie geil ist das? Und dann wisst ihr ja, wie viel Platz da wirklich ist. Also jeder hat einen direkten Zugang. Und es ist wirklich geil. Ihr seht ja auch, dass das so ein bisschen Fischgräte ist. Also das heißt, dass die ein bisschen versetzt sind. Also man ist nicht geradeaus, sondern auch ein bisschen seitlich. Ich glaube, ich muss mal da ein eigenes Video darüber machen. Alleine über das Produkt, weil es mich wirklich wahnsinnig interessiert, wie es wirklich ist. Mit einem 17 Zoll Monitor, WLAN, wirklich mit Schlafen, Matratzenauflage, die richtig cool ist. Also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Also bevor ich dann noch weiter anfange zu schwärmen, also das ist echt toll. Aber ihr habt die Bilder ja selber gesehen. Schreibt mir einfach in die Shownotes und da drunter vor allem in die Kommentarspalte, was ihr von dieser Suite haltet. Ob ihr die euch für Lufthansa wünscht, wäre echt eine coole Sache. Wo wir bei Airbus sind. Wir haben gerade die Januar-Zahlen veröffentlicht. 21 Flugzeuge sind ausgeliefert worden an 15 Kunden. 3 A220, das sind die ehemaligen C-Series von Bombardier. 16 A320 aus der Family. 3 CEOS, wenn ihr das nicht sagt, das sind die älteren Modelle. Die 12 davon sind, also von den 16, sind NEOS. Und dann haben sie auch noch einen A330 Neo und einen A350 ausgeliefert. Also schon mal ganz toll. Keine Bestellungen dazugekommen, aber auch keine storniert. Und jetzt kommt der Knüller. Die haben immer noch 7163 Flugzeuge on order. Also insofern einfach gute Nachrichten. Boeing hat uns ein bisschen mit Nachrichten überrascht, die wieder negativ waren. Schade eigentlich. Die 737 MAX 10 kommt später. Warum? Man sieht im Moment den Markt nicht dafür. Hat auch noch ein bisschen Overhead. Auch nicht nur die 777X, die verspätet kommt. Also Boeing hat da noch einige Hausaufgaben zu machen. Da muss man halt wirklich gucken. Ich habe euch noch versprochen, dass sonderbarerweise einige Fluggesellschaften beim Catering im Moment so diametral in unterschiedliche Richtungen gehen. Also wirklich. Also die KLM-EGEN bietet wieder Speisen wie vor Covid an. Also die haben den umgekehrten Weg gegangen. Finnair British Airways hat zum Beispiel Buy on Board, was uns ja bei Lufthansa ab März begleiten wird, ausgesetzt und gibt jedem was zu essen und zu trinken. Lufthansa macht quasi so eine Wellenbewegung. Erst wurde es massiv nach unten runtergefahren, dass es was gab. Dann wurde es wieder schrittweise erhöht. Und jetzt wieder seit dem 1. Februar gar nichts. Also das ist challenging. Und ich verstehe das natürlich, dass es Maskenpflicht beim Essen gibt. Und es muss natürlich auch irgendwo die Waage gehalten werden. Aber wenn der Markt sich in die Richtung bewegt, dass man wieder mehr gibt und man geht dann runter, dann ist das halt relativ doof. Ja, doof ist das richtige Wort. Nun wieder gute Nachrichten zum Airbus A380. Qantas hat sich ganz klar zum A380 bekannt. Also man hat sich ja nicht nur gewundert, was sie mit den zwölf Flugzeugen in der Flotte gemacht haben, weil sie die einfach umgebaut haben in der Business Class und im Launch Bereich besonders. Sechs Stück davon sind auch schon fertig, also 50 Prozent der Flotte. Und die Maschinen sind ja nicht geparkt in Australien, so wie die von Singapur Airlines, sondern die sind in Kalifornien und Arizona. Ich meine Kalifornien oder Arizona geparkt, also einmal um die halbe Welt. Und das ist also in meinen Augen was ganz Tolles. Ich finde das gut, dass es einen Betreiber gibt neben Emirates, der noch den 380er haben möchte. Wobei natürlich Qantas im Moment ja auch diesen Stopp, den sie haben mit den Langstreckenflügen. Ja, ich weiß nicht. Also da wird jetzt etwas länger das dauern, bis die wieder anfangen. Und sie haben ja auch ein Projekt, das nennt sich Sunrise. Sunrise wie der Sonnenaufgang, wo man wirklich von Perth bis nach London in einer Rutsche durchfliegen will. Wird eine spannende Geschichte in meinen Augen. Zurück zur Swiss. Die Swiss hat nur 10 Prozent der Flüge in 2019 im Moment. Also wenn man das vergleicht in 2021, was die in 2019 geflogen sind, dann sind das nur 10 Prozent der Flüge. Und die Flüge werden dank Fracht und den Umsteigepassagieren, weil die sehr, sehr wenig Passagiere haben, die wirklich aus der Schweiz kommen und so weiter und so fort, noch alle Ziele angeflogen. Und komischerweise, oder Gott sei Dank, sind die Flüge kostendeckend. Das heißt also, da wird nicht zugezahlt. Sie machen zwar keinen Gewinn, sie machen aber auch keinen Verlust. Und das ist natürlich super. Und es wurden nur die Frequenzen zusammengestrichen. Das ist in meinen Augen doch etwas, was sehr, sehr gut ist, dass man da ein Minimum an Service bietet. Ja, was sagt der Mutterkonzern? Der Mutterkonzern tilkt KfW-Kredit vorzeitig. Man hat da sich Geld am Kapitalmarkt besorgt und hat dann den KfW-Kredit zurückbezahlt oder will ihn zurückbezahlen vorzeitig. Hey, coole Geschichte. Die haben also mehr Knete, als sie im Moment brauchen, haben ja vom Staatskredit eh nicht viel abberufen. Deshalb könnt ihr euch nicht mehr beschweren, dass die Lufthansa euer Geld nimmt, aber nichts dafür tut. Also insofern ganz spannende Geschichte. Marriott Bonvoy hat auch eine Kategorieänderung durchgeführt. Das heißt also, man hat die Hotels einige hochgestuft und ja, dieses Hochstufen, das ist immer so, das passiert zum 2. März übrigens, ist immer so ein Thema. Wenn ihr heute schon wisst, dass ihr nach dem 2. März in einem Hotel übernachten wollt, dann ist strategisch das wichtig, dass ihr die Bebuchungen jetzt schon macht, damit ihr noch die geringeren Meilenwerte buchen könnt. Wenn ihr ein Hotel habt, wo ihr buchen wollt oder was ihr auf Punkte buchen wollt, nach dem 2. März und ihr wisst da schon, dass die von der Kategorie runtergehen, dann wartet bis nach dem 2. März. Also ganz wichtig, wird es teurer, jetzt buchen, wird es billiger, nach dem 2. März buchen. Ganz, ganz wichtige Strategie. Wenn ihr Fragen habt, Kai bei Sorgen, Ängste und Nöten, ihr wisst ja. Was interessant ist in meinen Augen, ist, dass die manchmal auch Anzahlung haben wollen bei Freinächten. Das ist etwas, was eine Strategie ist, die ich nicht nachvollziehen kann und ich finde sie einfach bekloppt. Gerade jetzt auch in Covid-Zeiten, wo die Buchungen eh bis 24 Stunden vorher stornierbar sind, teilweise 48 Stunden, kommt auf den Rate an, finde ich das alles etwas befremdlich. Schauen wir einfach mal, wie sich das bei Bonvoy dieses Jahr gestaltet und hoffen wir einfach auf das Beste. Dann hatte ich euch noch was ganz Neues versprochen und zwar 5000 Bonuspunkte bei Hilton. Also wer noch nicht bei Hilton Kunde ist, kann bis zu 5000 Bonuspunkte bekommen, wenn er sich anmeldet. Auch hier der Link wieder, Shownotes bei den Links. 2000 Punkte nach dem ersten Aufenthalt, 3000 Punkte nach dem zweiten Aufenthalt, 5000 Punkte sind das also in Toto. Und ganz, ganz wichtig, Aktion geht bis zum 31.12. Kombinierbar ist das mit der laufenden Promo, die bis zum 2. Mai geht, wo ihr eh pro Aufenthalt 2000 Punkte bekommt. Und wenn ihr 5 Aufenthalte hattet, kriegt ihr nochmal 10.000 Punkte. Also das ist doch mal eine richtig geile Schose in meinen Augen. Und das finde ich also wirklich super top. Und hey, wer keine Punkte bei Hilton hat und kein Konto hat, ich verstehe es nicht, aber jetzt wäre der Moment, wo ihr es wirklich tun solltet. Und es gibt auch noch weitere Vorteile in den Hotels bei Hilton von den Promotions. Also, ich glaube, da waren einige Sachen dabei, wo ihr wieder mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status sammeln konntet. Wenn ihr das Video noch von der Lufthansa nicht gesehen habt, ich kann es euch nur ans Herz legen, wo ihr mit den Statusmeilen fast beworfen werdet, wenn ihr die Kreditkarte habt. Und vor allem auch mit den Flügen mit den doppelten Meilen. Vergesst nicht, morgen ist wieder der Zoom-Call, jeden zweiten Sonntag ist der Zoom-Call. Und jeden Abend sind wir auf Clubhouse und da gibt es den Aviation Talk mit Crew und Viehfliegern mit immer wieder spannenden Themen. Ich freue mich auf euch. Vergesst nicht zu subscriben, Daumen hoch, Daumen runter, dann aber wirklich schreiben, warum. Und bei Sorgen, Ängste und Nöten Kommentarspalte oder WhatsApp. Schreibt mich an, wie viele das machen und dann schauen wir einfach mal, dass wir euch verarztet kriegen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis bald bei Frequent Traveller Circle TV.